Du denkst viel zu kompliziert. Pass auf. Ist das mein Glück? Oder? Dann erwartet dich nichts als verdammt beschissene Schmerzen. Nach all den Jahren, wo ihr mich verfolgt, bin ich davon ausgegangen, dass ihr mir ein bisschen mehr zutraut als nur... ...mich blind zu verstecken. Könnt ihr mich hören? Läuft er mir in meinen Weg vor diese Augen. Wisse, ehe er noch fragt, woher schlag ich ihn tot. Schnellfüßig holt mein scharfer Stalin ein. Der Geist der Rache schlürft im vollen Zug. Die rote Spende, dritten, letzten Trunk. Euch aber bitte ich... ...oder du gestehst. Deine Entscheidung.